Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichten-Podcast vom Standard. Auf fast allen Bahnhöfen in Österreichs Landeshauptstädten gab es in den letzten Wochen Bombenalarm. Zum Glück war nie wirklich eine Bombe versteckt, doch die Drohungen lösten jedes Mal einen Großalarm aus. Wer steckt hinter diesen Drohungen? Was bezwecken der oder die Täter? Und wie teuer kommen solche Fehlalarme uns als SteuerzahlerInnen eigentlich? Darum geht es heute bei Thema des Tages. Eva Plank, du hast für die Standard Innenpolitik und Chronik über diese seltsamen Bombendrohungen berichtet, die sich jetzt in Österreich seit so rund zwei Wochen häufen. Wo und wann kam es denn überall dazu? Ja, also hauptsächlich waren ja Bahnhöfe betroffen. Gestartet hat die Serie eigentlich am Montag in Graz. Dort ging das erste Drohung-Mail ein. Also am Montag, den? Am Montag, den 30. September, genau. Und am Dienstag, also am Tag drauf, ging es dann weiter mit einer Bombendrohung gegen den Linzer Bahnhof. Am Mittwoch dann gegen Klagenfurt, Salzburg und St. Pölten. Am Donnerstag dann gegen Bregenz und den Innsbrücker Haupt- und Westbahnhof. Und am Freitag gegen den Bahnhof in Eisenstadt. Und zusätzlich haben am Mittwoch auch noch sechs verdächtige Pakete in Amstetten für eine großräumige Evakuierung des Hauptplatzes gesorgt. Und auch gegen den Flughafen Schwächert gab es am Mittwoch eigentlich noch eine Drohung. Die ging allerdings telefonisch ein und sei eher vage gewesen, hat es da von der Polizei geheißen. Genau, und am Mittwoch kam dann auch noch eine Bombendrohung gegen eine Schule in Linz dazu. Und ganz frisch, gestern, da wurde auch noch das große Einkaufszentrum in Salzburg wegen einer gefährlichen Drohung evakuiert. Ob es da wirklich um eine Bombendrohung ging, das hat die Polizei bislang noch nicht bestätigt. Also ja, es war ziemlich viel los in den letzten eineinhalb Wochen. Und wie sind die Bombendrohungen denn jeweils bei den Behörden gelandet? Du hast schon gesagt, einmal war es telefonisch. Aber was wurde da sonst wie genau angekündigt? Also ich beziehe mich jetzt mal auf die Bombendrohungen gegen Bahnhöfe. Da ging jeweils vorab ein E-Mail bei der zuständigen Polizei ein. Und der Inhalt dieser E-Mails, der war eigentlich sehr ähnlich. Und zwar dahingehend, dass immer angekündigt wurde, dass ein Sprengsatz am jeweiligen Bahnhof platziert wurde. Und hat die Polizei diese Drohungen dann für echt gehalten? Grundsätzlich ja, das muss sie auch. Denn eine Bombendrohung ist als gefährliche Drohung einzustufen. Und da muss die Polizei nach Sicherheitspolizeigesetz vorgehen. Also sie muss alle notwendigen Maßnahmen setzen, zum Beispiel eben Platzräumungen und Evakuierungen. Allerdings hat die Polizei einen gewissen Einschätzungsspielraum, wie ernst sie diese Drohung nimmt. Denn die Gefahreneinschätzung, die kann das Gesetz eigentlich nicht festlegen. So hat es mir zumindest der Verfassungsjurist Peter Bußjäger auch erklärt. In der Praxis wird dieser Spielraum aber eigentlich nicht ausgereizt. Also da geht es um Menschenleben und da kann man einfach nicht spekulieren. Zum Beispiel die Pressesprecherin der Landespolizeidirektion Oberösterreich, die auch in die Fälle in Linz involviert war, die hat mir auch bestätigt, dass es noch nie vorgekommen ist, dass es wirklich so eindeutige Anhaltspunkte gegeben hat, dass man jetzt wirklich davon ausgehen konnte, dass sich da jemand unter Anführungszeichen nur einen Spaß erlauben würde oder so. Also es kam jedes Mal zum Großeinsatz. Das heißt, better safe than sorry ist also die Devise. Genau. Wie wurde denn dann jeweils reagiert? Also welche Auswirkungen hatten diese Drohungen? Ja, also bei allen Drohungen gegen Bahnhöfe kam es zu Großeinsätzen. Zum Beispiel am Dienstag in Linz waren Spezialkräfte im Einsatz, Sprengstoffkundige Organe, Hunde, Drohnen, ein Polizeihubschrauber, das Einsatzkommando Kobra und die Sondereinheit schnelle Interventionsgruppe Linz. Also wirklich ein riesiges Polizeiaufgebot. Aber je nachdem, wie groß der Bahnhof ist, wie die Gegebenheiten vor Ort sind und auch welche Einsatzkräfte in der jeweiligen Stadt zur Verfügung stehen, wird dann eben auch unterschiedlich vorgegangen. Also zum Beispiel der Bahnhof in Innsbruck, der ist eher klein. Da war eine großräumige Evakuierung nicht nötig. In dem Fall hat es gereicht, mit einem Sprengstoffhund durchzugehen. Grundsätzlich werden aber zuerst immer die Personen, die sich am Bahnhofsgelände befinden, an sichere Sammelstellen gebracht. Und nach den notwendigen Evakuierungsmaßnahmen beginnt die Polizei dann eben nach gefährlichen Gegenständen, also Sprengsätzen, zu suchen. Und zum Glück wurden eben in keinem der Fälle der letzten Woche irgendwelche Gefundene. Die Polizei konnte meistens so nach zwei bis drei Stunden eigentlich auch Entwarnung geben. Bezüglich der Auswirkungen, die waren natürlich vor allem für die Fahrgästinnen und Fahrgäste groß. Also es gab sehr viele Zugausfälle und Verspätungen. Natürlich kam es in den Städten dann auch immer wieder zu Staus aufgrund der Absperrungen durch die Großeinsätze. Aber ja, das sind natürlich alles geringe Schäden. Wenn man bedenkt, was passieren hätte können, wäre eine dieser Drohungen tatsächlich echt gewesen. Trotzdem dürften sich gerade viele Menschen, die mit dem Zug unterwegs waren, geärgert haben. Die Weststrecke ist ja nach den schweren Unwetterschäden eh schon beeinträchtigt. Aber Eva, geht denn die Polizei nun eigentlich davon aus, dass hinter all diesen Drohungen der oder dieselben Täter stecken? Also was die Bahnhöfe angeht, ja. Eben weil diese Drohmails inhaltlich ähnlich waren, geht die Polizei derzeit davon aus, dass da immer derselbe Verfasser eigentlich am Werk war. Der Zusammenhang ist aber noch nicht bestätigt. Also ermittelt wird nun durch den Verfassungsschutz, konkret von den Landesämtern für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung in Verbindung mit der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst. Und bei den anderen Vorfällen, zum Beispiel in dem Einkaufszentrum in Salzburg, dürften aber andere Täter dahinter stecken? Da gibt das Innenministerium bislang keine Auskunft. Aber gibt es denn zumindest schon eine Spur hin zu dem oder den Tätern, die da für die Bombendrohungen auf den Bahnhöfen verantwortlich sind und damit so viel Chaos verursacht haben? Ja, auch dazu sagt das Innenministerium einfach noch nichts. Denn Fragen zu einem möglichen Täterprofil, einem Motiv oder den Hintergründen, die werden einfach aus ermittlungstaktischen Gründen offengelassen. Eva, wie ungewöhnlich ist denn so eine Häufung an Drohungen? Kommt das öfter vor? Also es kam in den letzten Jahren immer wieder zu vereinzelten Drohungen. Das ist eigentlich nicht mehr ungewöhnlich. Und oft gibt es auch mehrere Drohungen hintereinander, zum Beispiel gegen ein und dieselbe Schule. Aber so eine Serie quer durchs Land und vor allem mit so großer medialer Aufmerksamkeit, das ist schon selten. Das hat mir auch der Sprecher des Innenministeriums so bestätigt. Vielleicht sollte ich aber auch noch eines dazu sagen, tatsächliche Sprengstoffanschläge auf Bahnanlagen hat es in Österreich seit 1945 nicht mehr gegeben. Und wir hoffen natürlich, dass das auch so bleibt, auch wenn gerade so viele Drohungen bei der Polizei eingehen. Man fragt sich aber natürlich gleichzeitig auch, was bezwecken denn dann Täter eigentlich mit solchen falschen Drohungen? Also bei den aktuellen Fällen, da wissen wir natürlich noch nicht, was der oder die Täter jetzt wirklich bezwecken wollten. Das müssten wir Sie wahrscheinlich selbst fragen, wenn Sie dann gefasst sind. Aber Gründe für solche Drohungen gingen in der Vergangenheit von Eifersuchtsgeschichten bei Jugendlichen in Zusammenhang mit Schule bis hin zu, ich wollte einfach bei so einem Großeinsatz zuschauen. Das Gefährliche ist halt, dass solche Drohungen oft Trittbrettfahrer auf den Plan rufen, also vor allem bei so großer medialer Aufmerksamkeit. Du hast schon gesagt, solche Drohungen werden eigentlich immer sehr ernst genommen. Wenn sich das jetzt aber so häuft und dann auch immer dieselbe Handschrift trägt, muss dann die Polizei echt immer mit so großen Geschützen auffahren? Also wie gesagt, die Polizei hat einen gewissen Einschätzungsspielraum, aber die Maßnahmen, die notwendig scheinen, die müssen auch gesetzt werden. Jede Polizeidirektion führt den Einsatz selbst durch und der jeweilige Einsatzkommandant muss dann einfach entscheiden, wie vorgegangen wird. Ich frage auch deshalb, weil solche Einsätze natürlich enorm teuer kommen, wenn da vom Spürhund bis hin zur Sondereinsatzgruppe ganz, ganz viele Menschen auf den Plan gerufen werden. Wie groß ist denn der Schaden, der durch solche Drohungen entsteht? Ja, da kann ich dir leider auch keine richtig zufriedenstellende Antwort jetzt geben, denn die Einsatzkräfte, die da eben involviert waren in diese Einsätze auch, die sind ja eh im Regeldienst, das heißt, die kosten jetzt nicht extra. Deswegen lässt sich das schwer beziffern. Wie viel so ein Polizeieinsatz im Detail dann kostet, sowas wird meistens nur ausgerechnet, wenn es zum Beispiel eine parlamentarische Anfrage dazu gibt. Das dürfte ein ziemlich logistischer Aufwand sein, hat mir zumindest der Sprecher aus dem Innenministerium auch gesagt. Und dann kommen natürlich noch die Schäden zum Beispiel auf Seiten der ÖBB dazu. Es sind ja ziemlich viele Züge ausgefallen und waren verspätet. Genaue Summen nennt die ÖBB da aber auch nicht oder zumindest noch nicht. Was droht denn dem oder den Tätern, wenn sie gefasst werden? Ja, tatsächlich sehr viel. Also das ist echt kein Kavaliersdelikt. Als strafrechtliche Grundlage gelten bei Bombendrohungen gefährliche Drohungen und Landzwang. Bei einer gefährlichen Drohung, da droht eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen. Wird allerdings eine große Personengruppe oder ein großer Personenkreis durch so eine Drohung eben in Angst versetzt, dann sprechen wir von Landzwang. Und da drohen sogar bis zu drei Jahre Gefängnis. Und zusätzlich werden dem Täter natürlich auch noch die Kosten für den Polizeieinsatz und die entstandenen Schäden in Rechnung gestellt. Also wirklich keine Lappalie und man darf ja auch nie vergessen, dass da viele Menschen doch ziemlich in Angst und Schrecken versetzt werden, wenn sie bei so einer Evakuierung dabei sind. Vielen Dank, Eva Plank, für diesen Überblick. Danke für die Einladung. Und noch während wir diese Folge aufgezeichnet haben, hat es noch eine Bombendrohung gegeben in einer Schule in Linz. Alles Aktuelle dazu lesen Sie natürlich auf derstandard.at. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns übrigens auch über eine gute Bewertung, wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Jetzt aber noch dranbleiben, gleich gibt es den Meldungsüberblick, unter anderem mit einer neuen Führungsdebatte bei der SPÖ. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, auf Florida steuert erneut ein gefährlicher Hurricane zu. Milton dürfte morgen Mittwoch auf Land treffen. Die Warnungen an die Bevölkerung werden unterdessen immer alarmierender. In mehreren Teilen des US-Bundesstaats sind Menschen aufgefordert worden, sich in Sicherheit zu bringen. Der Sturm kommt zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Im Südosten der USA laufen ja noch immer die Aufräumarbeiten, nachdem Hurricane Helene dort vor gerade einmal zehn Tagen verheerende Schäden hinterlassen hat. Zweitens, Bundespräsident Alexander Van der Bellen beendet am Dienstag seinen Gesprächsreigen mit den Spitzen der Parlamentsparteien nach der Nationalratswahl. Als Letzte an der Reihe sind nach FPÖ, ÖVP und SPÖ nun die Vorsitzenden der kleineren Parteien. NEOS-Chefin Beate Meindl-Reisinger war am Vormittag in der Hofburg. Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen ist dann am Nachmittag dran. Unterdessen rumort es in der SPÖ schon wieder, der Kommunikationsberater Rudi Fussi will offenbar neuer Parteichef werden. Dass ausgerechnet er Andreas Babler herausfordert, ist überraschend und irgendwie auch nicht überraschend zugleich. Fussi hatte in Babler erst eine neue Hoffnung für die Roten gesehen, dann am Parteitag aber offen Bablers Gegner aus dem Burgenland Hans-Peter Doskozil unterstützt. Was genau Fussi nun plant, will er morgen Mittwoch präsentieren. Und drittens, in Österreich ist zum ersten Mal ein Mann verurteilt worden, weil er entsorgte Lebensmittel aus dem Müllcontainer eines Supermarkts geholt hat. Das Bezirksgericht Wien-Leopoldstadt hat einen arbeitslosen Mann deshalb zu vier Wochen Haft bedingt auf drei Jahre verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Trotzdem ist jetzt eine Debatte über das Damstern und die möglichen rechtlichen Folgen entbrannt. Falls Sie lesen wollen, wieso UmweltaktivistInnen dieses Urteil nun harsch kritisieren, dann schauen Sie mal auf derstandard.at vorbei. Dort gibt es auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Das war es schon wieder mit Thema des Tages für heute. Falls Ihnen diese Folge gefallen hat, dann können Sie uns auch unterstützen. Ein Standard-Abo hilft uns zum Beispiel wirklich sehr. Außerdem sind wir auch immer offen für Feedback. Einfach an podcast.at.at schicken. Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Baba und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017